Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier bei It's MoTV. Ihr seht, neues Video, neue Schule, neue Base und wie das hier so aussieht, ich hab die nämlich selbst eingerichtet und ja, es ist ziemlich krass geworden. Etwas kleiner als beim letzten Mal, aber ja, guckt euch einfach an. Hier hängen ein paar Klamotten mit Kleidern und Kostümen und hier ganz, ganz viel Glitzer, Mitzer, alles was man irgendwie mal so braucht. Dann auch ein Tütü, kann man auch immer mal gebrauchen und eine goldene Lederjacke. Also das ist, glaube ich, was für Ruby sogar und hier auch ganz viel Pink. Also Ruby findet auf jeden Fall auf diesen Kleiderständen dann ziemlich viel. Dann hängt hier eine Hängematte, die können wir hier irgendwie so aufspannen, falls wir die mal gebrauchen können. Alles hier so ein bisschen auf Vorrat. Ein Fächer, ich hasse kleine Dinge, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass man, wenn man was macht, dann sollte man es richtig machen. Hier ist natürlich, natürlich darf es nicht fehlen, die Couch, wo wir dann alle gemeinsam chillen und abhängen können. Da hinten steht noch ein Sessel und hier stehen noch so zwei Höcker, die eine optische Täuschung sind. Also das ist wirklich ein krasser Spezialeffekt hier. Die sehen aus wie ein Holzbaumstamm mit so Ringen und so und sogar so Rissen. Aber man kann sich da tatsächlich draufsetzen. Das ist ein bisschen wie Zauberei. Hier sind Fahrradreifen, man weiß nie, was passiert, wenn Janik das Fahrrad mal wieder kaputt ist oder so. Da haben wir was zum Reparieren da. Ansonsten hier in den Regalen ein paar Schuhe, einen Dekorativen, Flamingo, Tasse, Tennisschläger, falls uns mal langweilig ist. Und hier auch noch Kleider, eine Schlange und allmöglicher Krimskrams, den man irgendwie mal brauchen kann. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Base. Ich mag das gerne hier. Hier steht noch so ein Flipchart. Ich habe Janik nämlich auf sein Date vorbereitet. Und ja, das wurde mal Zeit, dass er da ein bisschen was vom Meister lernt natürlich. Ja, Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Man muss natürlich irgendwie auch alles hier sauber halten. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich lege die Füße hoch. Und ich hoffe, das macht ihr auch. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zur nächsten Folge It's MoTV.